Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Menschen, mein Name ist Michael Waletzko, es wackelt hier noch ein bisschen, das ist mein, ich nehme heute nur über Handy auf, aber mit einem guten Mikrofon, das heißt der Ton ist gut, das Bild nicht ganz so, wie ihr seht, ich sehe ein bisschen mitgenommen aus, mir ging es die letzten Tage nicht so richtig gut, ich hatte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, alles Schmerzen, vom Sitzen am Computer, dementsprechend auch irgendwie eine Unlust und eine Traurigkeit und alles ist irgendwie auf einmal gekommen, tausend E-Mails, tausend Angriffe von allen Seiten, ich hatte keinen Bock zu beten, das war auch etwas, was ich mit euch teilen wollte und heute, also es war wirklich ein Kampf zu beten und ich wollte das einfach mit euch teilen, weil ich denke, dass viele von euch verzweifelt sind, das Wetter ist auch kacke, das Ganze, was gerade passiert, ist auch nicht gerade sehr menschenfreundlich, für diejenigen, die da durchblicken, die wissen, dass das Ganze nicht einfach so zu Ende gehen wird und ich wollte euch einfach nur mitteilen, ich habe mich dazu bewegt, überwunden, einen Barmherzigkeitsrosenkranz gerade zu beten und diesen Barmherzigkeitsrosenkranz mit Andacht zu beten, durch sein schmerzhaftes Leiden, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt und ich habe wirklich darüber nachgedacht, dass Jesus all den Dreck, alle Sünde, alles, was in uns ist, alles, was alle Menschen getan haben, alles mit ans Kreuz genommen hat, durch sein schmerzhaftes Leiden hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt und dieser kurze Barmherzigkeitsrosenkranz von 10 Minuten hat mich im Herzen psychisch, geistig wieder so aufgebaut, dass ich das einfach mit euch teilen wollte, weil ich denke, dass viele von euch da draußen einfach keinen Bock mehr haben auf das, was läuft und dass das anstrengend ist, dann kriegen bestimmt viele von euch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, die man sich hin und her schickt mit der nächsten Katastrophenmeldung und so weiter und das Wichtigste für uns oder wie wir da durchkommen ist durchs Gebet, durch Jesus, durch die Mutter Gottes, durch den Rosenkranz und manchmal muss man sich dazu zwingen, einfach zu beten dieser Unlust, diesen Dämon der Unlust und dieser, ich sag jetzt mal, psychischen, diesen psychischen, ja es ist doch eh alles sinnlos und alles ist Kacke, alles ist Schrott, es macht alles keinen Sinn mehr dass man sich dem entgegensetzt und sagt, ich bete jetzt einen Rosenkranz, ich bete jetzt einen Barmherzigkeitsrosenkranz, das habe ich gerade auch gemacht und wie gesagt, ich habe auch meine Kämpfe, wo, ja, Kämpfe, Versuchungen und Unlust und alles ist Schrott und ich habe heute ein ganz gutes Telefonat mit jemandem geführt, der ist Förster und Berufsjäger, das heißt sehr, sehr nah in der Natur und er sagt, weißt du, alles, was in der Natur geschieht, ist perfekt aufeinander abgestimmt und wenn wir manchmal in verschiedenen Bäumen, in einem Wald an einer Stelle Baumsorten pflanzen, die dort nicht hingehören gibt es auf kurz oder lang eine Katastrophe, also Katastrophe in dem Sinne, dass diese Bäume dann entweder kaputt gehen oder dass irgendetwas dann aus dem Gleichgewicht kommt und in Bezug auf den medizinischen Eingriff, der mit uns geplant ist, der für uns geplant ist, den wir alle machen sollen weil viele Leute von euch mir die Frage gestellt haben, ob ich mich diesem medizinischen Eingriff unterziehen werde nein, werde ich nicht, ich denke, Gott hat uns, so wie er uns gemacht hat, hat er uns perfekt gemacht und wenn man in seinen Bauplan eingreift, dann hat es über kurz oder lang gravierende Folgen für uns und ich denke, dass man das abwägen sollte Ich verlinke euch außerdem dazu noch ein sehr, sehr gutes, aufklärendes Video von einem Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser, der ganz, ganz renommierte, gute Leute eingeladen hat bei sich in der Sendung Die Sendung dauert eineinhalb Stunden und ich möchte euch einladen, euch das anzuhören, anzusehen und euch darüber Gedanken zu machen, was dort gesagt wird In diesem Sinne, ich habe noch 10 Sekunden Speicherplatz Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, gesegnetes Wochenende und ein paar warme Tage Sonnenschein im Herzen, betet den Rosenkranz und bis bald, seid gesegnet und tschüss